hallo und herzlich willkommen im stadtgebiet der menschen guten morgen floyd es verdammt früh heute für unsere verhältnisse oder halb zehn mein gott bist du froh aufgestanden ja ich weiß auch nicht was los ist aber wir holen uns jetzt den kopf von dem klark hier ist auch einiges zu tun floyd so viel arbeit am frühen morgen ist ja eigentlich gar nicht meine zeit am holzfällerlager ist viel los ein bündel probleme ich habe hier ein echtes problem ich habe einen liefertermin für eine bestellung holz und mir läuft die zeit davon die wölfe und bären nördlich von hier haben meine arbeiter von den holzbündeln verjagt die sie bereits gefällt hatten ich habe bereits mit stellvertreter reiner darüber gesprochen dass die tiere entfernt werden müssen aber ich brauche jemanden der das holz für mich holt wenn ihr acht holzbündel für mich holen würdet könnte ich den termin vielleicht noch einhalten seit vorsichtig holzbündel holen machen wir doch hier sind greifenmeister haben wir die route schon hallo hallo holzfällerlager ok haben wir anscheinend schon ordentlich blendet die sonne hier so ein bisschen irgendwie ich sehe gar nicht wo die quests sind mein gott darüber müssen wir guck mal floyd da steht eine junge meid ist ihm egal am frühen morgen selbst am frühen morgen hat er keinen bock auf junge meid seine leinen waren die schläger in elvin tragen leinenstoff aus dem ich feine leinen waren herstellen kann bringt mir leinen fetzen und ich mache euch daraus etwas nützliches ihr findet diese gesetzlosen verbrecher in kleinen lagern überall in elvin das licht sieg okay aber wir sollen doch hier ist das hier nicht doch james clarks kopf ist denn der hier der james clarks kopf da ist james clark hallo james clark warum kann ich dich nicht auswählen james clark ist kaputt hallo james clark toll jetzt ach ich habe den ausgewählt ich habe als hier dieses ding gesucht hier unten den kreis aber scheint im teppich zu sein ja ähm floyd wollen wir ihn mal hier okay alles klar james clarks james clark floyd was hast du gemacht hast denn noch nicht mal angepufft okay was war das für eine stufe stufe 9 na gut ja das leute ist immer macht alles um was nicht bei drei auf dem baum ist wunderbar ist mein unglaublicher skill ne ja dein unglaublicher skill warum kriege ich hier die tooltipps nicht mehr ich habe das gefühl hier ist alles kaputt hier ist irgendwas nicht in ordnung wo sind mein tooltipp hin das ist hier dauernd ja hilfe tooltipp tutorial nö erweiterte tooltipps ja hätte ich gern toll und wo ist mein tooltipp oh floyd aber da leuchtet was guck mal mal das uns mal hier holen spitze soll ich denn das jetzt hinkriegen ohne tooltipp was soll ich hier alle machen moment leinen fetzen okay leinen fetzen okay nix mehr angezeigt das sind die schläger im wald da ist aber da will aber hier da zuckt aber mein tooltipp da zuckt mein tooltipp ach komm her du ach nee 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 hier wird's nicht lang die fallen sofort um die fallen sofort um das stimmt da hier nicht floyd die erschrecken sich schon bei deinem anblick anscheinend hm ich meine ich kann es ja verstehen du bist schon furchteinflößend ne aber ähm dass es jetzt so schlimm ist ey kann ich mal guck mal da 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 ist doch ich ich sehs doch irgendwas ist hier nicht in ordnung überhaupt braucht das spiel im moment ewig um äh zu laden ich starte das spiel und dann muss ich bestimmt 10 minuten warten bis das spiel da ist das ist ganz merkwürdig hier floyd meinst du wir brauchen den bären ich weiß ja nicht ich glaub nicht ne aber wir brauchen auf jeden fall das holz ach du ahnst es nicht ey es kann hier nicht einfach mal irgendwas funktionieren wahrscheinlich nicht ne die fallen sofort um leute das macht mir sorge warte hast denn du gemacht hm hab mein müsli gegessen du hast dein müsli gegessen das ist ja schön ach ne ja okay guck mal da äh blinkert auch noch holz ach da blinkert auch noch holz ja wunderbar nehmen wir das doch mal mit ah nein 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 hier ist was los irgendwie glaube ich ist das spiel kaputt ja ja so kommt den einen holen wir noch und dann gucken wir mal wo wir diese schläger finden okay lass mich mal schauen aha da drinnen da lang okay gehen wir mal gucken ja nee ich weiß nicht was es hat im moment ne also ich starte es egal ob ich es über battle net starte oder ähm direkt über die anwendung oh erkundet den wald von elvin ja cool oder direkt über die anwendung äh ich sitz hier und sitz hier und glotz mir einen wolf und äh nichts passiert dann geh ich aufs klo stricke ne weste geh nochmal ne runde ins bett und dann auf einmal irgendwann hier bin ich falsch und dann auf einmal irgendwann ist es da und dann meistens sogar schon doppelt weil weil ich nämlich wie eine blöde zweimal irgendwie geklickt habe ne einmal bei battle net und einmal auf die anwendung und dann habe ich es zweimal offen äh ich verstehe es irgendwie nicht ich verstehe nicht was es im moment hat naja muss ich wahrscheinlich auch nicht ähm ja hier soll das sein ach da sehe ich das schon ein mal da wo ist immer mein tut da tooltipp ich sehe ihn genau ich meine ich kaputt hier so komm hol komm komm hol hol dir den ach das magier Floyd da müssen wir hingehen er kommt nicht näher ist auch sofort um ich gebe doch nicht ey Floyd 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 was soll das mit uns nur werden ne achja so hier bam Floyd ist eingefroren das ist nicht gut ich habe übrigens auch mein ähm äh Dings ausgewählt hier ne Stufe 10 und so Vergeltung vielleicht ist Floyd deshalb jetzt so imbar Quatsch da fliegt da Müsli ja ist gut es liegt am Müsli ist ja gut es liegt nicht an deinem Skill ne ne es liegt am Müsli was war es denn für ein Müsli Erdbeer mit Schoko Erdbeer mit Schoko na du lässt es ja ja gut gehen hä hm so guck mal wir brauchen ja noch zwei und Floyd ist nicht mehr eingefroren das ist ja ja bomfortzönös genau hau sie um ach guck mal da ist auch einer die hat ihn schon gesehen nicht nix haben wir die gelootet Floyd wenigstens ja ne ok Geld oder Leben Leben äh brauche ich denn jetzt eigentlich ich mache hier als ich brauche noch ne zwei Stück oh 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 Floyd da hatte ich wer im Target hahaha das geht ja gar nicht oh 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 die lebt noch die lebt noch oh Gott oh Gott so einen noch äh geh mal da hin irgendwie na komm nochmal hier was war das jetzt Wort der Herrlichkeit oh haha scheiße ich wollte das hier egal die Heilung hat es jetzt auch nicht mehr gebracht ey oh ok der war gleich um einen Fetzen brauchen wir noch gut gut wir haben den Fetzen alles klar oh alter können wir ja richtig abgeben gehen abgeben gehen abgeben gehen ok den noch der steht mir hier im Weg muss ich jetzt schon wieder schwimmen ja du musst jetzt schon wieder schwimmen ich sehe hier äh keine Brücke aber guck mal wir können direkt da hinten hinschwimmen wenn ich ein Tooltip hätte wüsste ich jetzt auch was das da ist ey was ist denn die euch da toll ich kann es ja nicht anvisieren naja irgendeine Quest abgeben auf jeden Fall suche nach den vermissten Wachen ach so die Geschichte vom Leichnam selbst ist nicht mehr viel zu erkennen doch in der Nähe findet ihr ein Medaillon in das die Worte Malakai Stone Soldat eingeprägt ist Rolfs Schicksal als ihr die Gegend weiter absucht findet ihr die Abdrücke von Füßen mit Schwimmhäuten die entlang dem Ufer des Steinhügelsees nach Osten führen in der Ferne könnt ihr im Osten gerade noch so ein Moorlog Dorf ausmachen vielleicht fand Rolfs Leben dort sein Ende durchsucht das Dorf nach Rolf oder Anzeichen für seinen Tod für seinen Tod da drüben ach da hinten ok dann gucken wir mal ob wir den Rolf finden oder Anzeichen für seinen Tod auf jeden Fall finden wir da einen Moorlog jetzt weiß ich natürlich irgendwie nicht ob die Moorlogs hier auch Anzeichen von Tod und so aber naja machen wir halt alles um ne ne ok ich seh da schon ein Fragezeichen wir muscheln da direkt rein in die Füche ach guck mal hier jetzt kann ich die äh 5 benutzen Floyd aha super ha 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 Todeskampfe äh ja wo ist das denn ich seh hier gar nix ne naja hauptsache Floyd sieht alles ne naja hab alles unter Kontrolle soweit das freut mich das freut mich wenigstens einer von uns so her bäms und dann ja ach Gott ey ich komm gar nicht dazu die 5 hier mal richtig auszuprobieren naja so ist das so ist das alles äh hier und äh da und schon tot äh was macht das ein mächtiger Waffenangriff der 103 körperlichen Schaden verursacht äh äh ach da hinten ist mein Fragezeichen ok wenn wir uns hier mal durchschanet ja durchschanetzeln mal hier so rüber gehen noch ein Stück Fleisch na super um den Hals trägt der Leichnam ein Medaillon aus Metall auf dem die Worte Wolf Hartford Soldat stehen um den Hals mhm ach guck mal da steckt sogar noch ne Waffe drin ach Floyd was angegriffen ja ha 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 geil Floyd kann sogar nach hinten casten ha 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 mal so kurz aus dem Handgelenk raus ey ja ist ja gut wir geben ab hier gibt's keinen Hals mehr ne Meldung an Thomas nun habt ihr die beiden Medaillons bringt sie an die Brücke zur Wache Thomas damit er erfährt welches Schicksal seine beiden Kameraden erlitten haben ok die Inventar ist voll alter gern mir nicht einfach hier ach Floyd ey warum hast du denn so kleine Taschen oh ne so hier nimm das muss auch das Medaillon und so ne naja ja da lang da lang da lang und da unten und ganz viel Floyd in welche Richtung guckst du denn jetzt schon wieder das Spiel macht mich gaga ja echt wir gehen total falsch wir müssen nach da an der Kuh vorbei ach nee ey echt ich hab das Gefühl seit ich hier diesen Probeaccount habe nehme hier ist doch alles schief ey mir ist doch nix so wie es sein soll man 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 naja wir schaffen das noch ne Floyd so viel haben wir jetzt nicht mehr guck mal die ganze Gegend ist schon erkundet tja jo so da kommen da unsere ganzen Fragezeichen ach nee ey hier ist was los so so mein Lieber da sind wir aber abgeben werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ich hoffe bis dahin hat sich das Spiel hier wieder ein bisschen gefangen ich krieg meine Tooltips dann wieder oder auch nicht und bis dahin eure Trillen aber das der der Vielen Dank.